Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video, in dem wir Ihnen einmal unser neuestes Immobilienangebot zum Kauf hier in Ockenheim vorstellen möchten. Es handelt sich dabei um dieses freistehende Einfamilienhaus mit 178 Quadratmetern Wohnfläche. Das Haus steht auf einem 299 Quadratmeter großen Grundstück. Und in unserem heutigen Video gibt es einen ersten Einblick in unser neues Immobilienangebot zum Kauf hier in Ockenheim. Viel Spaß beim Ansehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war's mit unserem heutigen Video und dem ersten Einblick in unser Einfamilienhaus zum Kauf hier in Ockenheim. Falls dieses Angebot prinzipiell für Sie interessant sein sollte, dann schicken Sie uns gerne eine Mail mit Ihren vollständigen Kontaktdaten an anfrage.at3-immobilien.de oder rufen Sie uns an unter 061327149383 und dann lassen wir Ihnen selbstverständlich gerne das ausführliche Exposé und auch unseren hochauflösenden 3D-Rundgang zukommen. Und bei weiterem Interesse vereinbaren wir natürlich auch gerne einen persönlichen Besichtigungstermin mit Ihnen hier vor Ort. Und falls auch Sie einfach mal wissen möchten, was Ihr Haus in Ockenheim, Gaueigesheim, Ingelheim, Bingen oder Umgebung wert ist, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie besuchen uns in einem unserer Ladengeschäfte in der Salzstraße 6 in Bingen oder in der Bahnhofstraße 22 in Ingelheim oder Sie rufen uns an unter 061327149383 und dann stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne für ein unverbindliches Beratungsgespräch und eine kostenlose Immobilienbewertung zur Verfügung. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Ansehen unseres heutigen Videos. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, Ihr Felix Hoffmann.